Abbey College – Lernen mit viel Abwechslung in grüner Umgebung Ihr Kind soll in den Ferien Englisch lernen und gleichzeitig ein spannendes Freizeitprogramm erleben? Dann können wir Ihnen das Abbey College in Mittelengland empfehlen. Education, Sport and Fun ist seit 40 Jahren das Motto der Sprachferien in diesem Institut. Das beliebte College befindet sich südlich der Stadt Malvern in Mittelengland. Die alterwürdigen Gebäude liegen malerisch an einer Hügelkette geschmiegt, die zu den Gebieten von außerordentlicher natürlicher Schönheit, so die Bezeichnung von englischen Landschaftsschutzgebieten, gehören. Weit ab vom Lärm einer Großstadt ist es der ideale Ort für Ihr Kind, um intensiv Englisch zu lernen und sich in der grünen Umgebung zu erholen. Ferienkurse – Was macht das Abbey College besonders? Das College kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Zu den Schülern des heutigen Abbey College gehören die Kinder und Enkel von Königen, Staatsoberhäuptern und anderen herausragenden Persönlichkeiten. In den Ferien bietet das Lerninstitut Sprachkurse für Schüler ab acht Jahren aus aller Welt an. Am ersten Tag nimmt Ihr Kind zunächst an einem Einstufungstest teil. Je nach Vorkenntnissen wird es dann in die passende Lerngruppe eingeteilt. Diese Gruppen sind international zusammengesetzt. Die durchschnittliche Größe der Gruppe liegt bei zwölf Schülern. Unterrichtet wird Ihr Kind 20 Wochenstunden à 45 Minuten. Als Besonderheit können im Abbey College Ferienkurs zusätzlich fünf Einzelstunden gebucht werden. Im Einzelunterricht kann der Lehrer gezielt auf die Bedürfnisse Ihres Kindes eingehen. Umfangreiches Freizeitangebot Im Freizeitangebot auf dem 70 Hektar großen Gelände des Sprachinstituts ist für jeden etwas dabei. Ob beim Bogenschießen, Fechten, Tennisspielen oder Schwimmen im beheizten Pool, wir sind sicher, Ihr Kind wird sich wohlfühlen. Dazu tragen nicht zuletzt die qualifizierten Mitarbeiter der Schule bei, welche die Schüler bei ihren Aktivitäten anleiten und sie auf Ausflügen begleiten. Die Ausflüge stehen immer mittwochs und samstags auf dem Programm. Angesteuert werden unter anderem Kletterparks, die Weltkulturerbstätte Stonehenge oder einer der in England sehr beliebten Safari-Parks. Tagestouren in die Großstadt London, Liverpool oder Manchester werden ebenfalls angeboten. Das Freizeitprogramm ist bei Dr. Steinfelds im Übrigen im Reisepreis enthalten. Eine große Familie Maßstäbe bei der Rundumbetreuung Die Schüler werden 24 Stunden am Tag betreut. Schüler unter 16 Jahren erhalten besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Ein Verhaltenskodex regelt detailliert das Miteinander auf und abseits des Campus. Zum Betreuungs- und Sicherheitskonzept gehören zum Beispiel eine Regelung zum Umgang mit Mobbing. Die Mitarbeiter des Abbey College sind darin geschult, junge Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur zu betreuen. Gemeinsames Ziel ist es, ein Familiengefühl in der Schule entstehen zu lassen. Regelmäßige Meetings stellen sicher, dass alle Mitarbeiter über Themen und Vorfälle, an denen Studenten beteiligt sind, auf dem Laufenden gehalten werden und individuelle Anliegen besprochen und gelöst werden. Vielleicht liegt es an diesem beschworenen Gemeinschaftssinn, dass viele Schüler ein zweites oder sogar drittes Mal in das College nach Mollwern kommen. Gemeinsam schlafen, gemeinsam essen und gemeinsam lernen Die engagierten Hauseltern in den einzelnen Wohnheimanlagen des College-Geländes kümmern sich um tägliche Angelegenheiten wie zum Beispiel das rechtzeitige Wecken aller unter 18-Jährigen. Die Unterbringung in international belegten Gemeinschaftsunterkünften, meist in Vierbettzimmern, bringt Vorteile für ihr Kind. Die Schüler knüpfen untereinander schnell Kontakte und lernen Mitschüler aus den verschiedenen Ländern kennen. Zur Verständigung dient praktischerweise die englische Sprache. Dies vertieft den Spracherwerb und ihr Kind lernt gleichsam soziales Miteinander mit Gleichaltrigen aus verschiedenen Kulturen. Alle Mahlzeiten nehmen die Schüler überdies gemeinsam in der großen Dinnershall ein. In der Gemeinschaft schmeckt es bekanntlich am besten. Tipp für Eltern Sprachreise ihres Kindes mit eigenem Urlaub verbinden Besonders Eltern mit etwas jüngeren Kindern sind manchmal besorgt, ihre Sprösslinge alleine auf eine weite Reise zu schicken. Hier kann es sich anbieten, den eigenen Urlaub zeitgleich in der Region zu planen und die Sprachreise des Kindes mit einer eigenen Reise zu verknüpfen. Der Standort Malvern bietet gute Voraussetzungen für einen angenehmen Aufenthalt und sie bleiben in der Nähe ihres Kindes. Während ihr Kind den Sprachunterricht und das Freizeitangebot genießt, können sie die reizvolle Umgebung erkunden oder sie unternehmen Tagesausflüge. Nicht weit entfernt liegt die mittelalterliche Shakespeare-Stadt Stratford-Uppenhaven. Und auch zu den römischen Bädern nach Bath oder in die berühmte Universitätsstadt Oxford ist es nicht weit. Auf dem Weg dorthin kommen sie praktisch durch das Inspector-Barnaby-Land. Viele Folgen dieser beliebten Krimiserie wurden in den malerischen Cotswolds in der Umgebung von Oxford gedreht. Englisch lernen geht in Englisch am besten. Englisch ist seit langem weltweit die Sprache, in der sich die meisten Menschen verständigen können. Sei es als Muttersprache oder erlernte Zweitsprache. Englisch in seinem Mutterland zu lernen, bietet viele Vorteile. Wohin ihr Kind während des Sprachaufenthaltes geht und auf wen immer es trifft, es ist zwingend darauf angewiesen, in Englisch zu kommunizieren. Eröffnen sie ihrem Kind daher die Möglichkeit, sich bereits früh auf seine Zukunft vorzubereiten. Je jünger ein Mensch ist, desto leichter erlernt er eine Sprache. Dazu kommt, in der Arbeitswelt von morgen ist es ein unschätzbarer Vorteil, bereits über Erfahrungen im Umgang mit internationalen Partnern und Mitstreitern zu verfügen, so wie ihr Kind es auf dem Abbey College erfährt. Wenn Sie mehr über unser Angebot und unsere Preise für das Abbey College erfahren möchten, dann schauen Sie doch gerne vorbei unter abbeycollege-at-steinfels.de Ich hoffe, Ihnen hat unser Video gefallen. Falls ja, dann klicken Sie doch bitte auf Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Hier veröffentlichen wir regelmäßig interessante Videos zum Thema Sprachreisen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.